Ja, hallo, ich bin Oliga Augustinski, ich bin Schauspielerin, vielleicht kennt der ein oder andere mich aus Marienhof oder Inga Linzström-Held. Ich freue mich total, ein kleiner Teil dieser wunderbaren Aktion Mensch First und 24 Weihnachtswunder zu sein. Ich dachte, ich sitze mal hier ganz pur und natürlich, gerade für diese Sache, ungeschminkt. Und ich habe selber einen Sohn, also ich bin Mutter und im Moment beschäftigen wir uns alle eigentlich nur mit diesem aktuellen Thema. Was ja sehr groß ist und Corona. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die uns eigentlich am Herzen liegen müssten. Und das sind gerade Kinder. Und es ist immer für uns so normal, dass es unseren Kindern gut geht und dafür sorgen wir auch. Aber es leben nicht alle Kinder auf der Sonnenseite. Und deswegen bitte ich euch, viele Firmen haben das schon gemacht, es waren schon viele ganz großzügig. Deswegen bitte ich euch, seid dabei. Ich stehe hundertprozentig hinter diesem Projekt. Und wenn ihr da ein bisschen was übrig habt und unterstützen könnt, dann würden wir uns wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit. Tschüss.